Mike Künzle, extrem wilde Angelegenheit mit einem besseren Ende für Biel. Wie ist das gegangen? Ja, wir haben uns eigentlich vorgenommen, nicht so viele Strafe nehmen. Es sind doch ein paar passiert und die konnten wir zum Glück sehr gut ausnutzen. Und ich dachte, das ist sicher einer der Punkte, wieso wir heute gewonnen haben. Ist das eine klare Ansage, die wir heute gemacht haben? Der Sportchef hat ja gesagt, alles andere als ein Halbpferdner wäre eine Enttäuschung. Jetzt haben Sie gerade Wort gehalten, bei erster Gelegenheit. Ja, sicher. Wir waren sicher sehr motiviert. Ich glaube, wir haben nichts zu verlieren. Wir konnten sich das erste Mal ärgern. Und jetzt sind sie unter Druck, weil wir jetzt das Heimrecht sozusagen gewonnen haben. Und ja, jetzt geht es in zwei Tagen schon wieder weiter. Sie scheinen sich besonders wohl gefühlt an. Es war die fünfte Dublette in dieser Saison gegen den ZSZ mit ihrer Vergangenheit. Können wir noch vorstellen, dass einem das noch gut tut? Sehr, ja. Ich glaube, da bin ich sicher noch etwas mehr motiviert, noch etwas mehr Energie freisetzen können. Und ja, ich bin umso glücklicher, wenn es gegen Zürich so gut läuft. Ja. Danke vielmals. Danke, Marc. Danke.